Hey, hey, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Video. Ich hoffe, du hattest eine mehr oder weniger gute Woche oder einen guten Start in diese neue Woche. Falls oder falls auch nicht, freue ich mich dennoch, dich hier, dich, 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 zu meinem Video begrüßen zu dürfen. Dieses Video dient ausschließlich zur Entspannung und Inspiration. Falls du da draußen mir noch nicht folgst, dann folge mir jetzt gern, indem du auf den Abonnieren-Button klickst. Damit würdest du meinen Kanal sehr unterstützen. Lass dem Video gern einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat und du entspannen, relaxen, einschlafen konntest. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. So bleibst du up to date und für weitere Social Media Kanäle schau unten in meine Infobox. Dort habe ich meine anderen Kanäle verlinkt wie Instagram, TikTok und Co. Nun, dieses Video wurde sich in einer ähnlichen Art gewünscht. Ich habe quasi zwei Videos in eines gepackt. Und zwar wolltet ihr ein Affakten-Video und es wurde sich ein Video über meine Epoxidat-Kunst gewünscht. Und ich dachte, das kann ich auch in ein Video kombinieren. Ich erzähle euch ein wenig was über das Epoxidat. Ich meine, es ist ja ein Hobby von mir und das ist ein Fakt. Deswegen kommen einfach auch random Fakten about me. Ich zeige dir heute in dem Video also allerdings nur meine Lieblingsstücke, die ich selbst gemacht habe aus dem Epoxidat. So, also wenn du Lust auf dieses Video hast, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back and relax. Lausche auch meine Stimme und den Sounds. Wir starten auch ganz classy mit dem ersten Stück, was ich überhaupt irgendwie aus Epoxidat ja gebastelt gemacht habe. Das ist dieser Kamm hier. Dieser Kamm, der war geplant. Ich wollte so einen meeresangehauchten Kamm machen. Allerdings habe ich den zu früh entformt und dementsprechend, weil das mein erstes Stück war, wusste ich halt auch noch nicht, okay, wann entforme ich, wann ist das fest, das Mischverhältnis, bla bla bla. Er ist Gott sei Dank im Mischverhältnis richtig gewesen und voll ausgehärtet. Aber weil ich ihn zu früh entformt habe, sind die Borsten oder, naja, wie nennt man das hier? Das sind ja keine Borsten, aber die sind auf jeden Fall schief geworden. Einige davon sind etwas schief. Ich meine, zu sehr fällt es nicht auf, aber man sieht es ein wenig. Und er ist ziemlich, ziemlich dünn geworden. Die nächsten Haarkämme, die ich in der Form gemacht habe, sind wesentlich dicker geworden. Also hier habe ich zu wenig Harts verwendet gehabt. Aber ich finde ihn dennoch super schön und man kann ihn auch wunderbar benutzen. Also Leute, Fact 1 ist, ich habe ein neues Hobby für mich gefunden und zwar Epoxidharz. Ich finde das super interessant, super kreativ und ich bin ein super kreativer Mensch. Das ist einfach ein Fact. Ich zeichne gerne, wie man an den Bildern hinten im Hintergrund immer sieht. Ich bin Zeichnen einfach gewohnt. Mein Umfeld war immer viel am Zeichnen. Also sprich, meine Freunde. Und ja, das hat man sich einfach so angeeignet über die Jahre. Ich zeichne mit Bleistift, mit Acrylfarben, mit Aquarellfarben. Also ich probiere mich da gerne aus mit allem, was geht. Diamond Painting. Also wirklich alles. Freischnauze kreativ heraus. Ich bastle auch super gerne. Ich hatte letztes Jahr zu Weihnachten ein Mickey Mouse Licht gebastelt, was meiner Mutter aus Versehen kaputt gegangen ist. Da war ich sehr am Boden zerstört, weil es super viel Zeitaufwand war, dieses Mickey Mouse Licht selbst zu basteln. Und ich jetzt keins mehr habe. Obviously. Und hier seht ihr auch schon den Vergleich. Diese Borsten sind wesentlich gerader und der Kamm ist viel dicker. Dieser Kamm ist auch meiner Meinung nach besonders schön geworden. Ein wenig stört mich das pinke Glitzer. Aber der Rest ist so, so clean und so schön geworden. Ich liebe den Kamm. Und dann kommen wir auch schon zu Fact Nummer 2. Ich habe jetzt, glaube ich, sehr oft Mickey Mouse erwähnt. Und ich bin ein riesen, riesen Mickey Mouse Fan seit meinem sechsten Lebensjahr. Das hat sich ergeben, weil meine Großmutter mir damals zu meiner Einschulung ein Mickey Mouse Plüschtier geschenkt hat. Und seitdem kam dann diese Sammelsucht oder überhaupt diese Beziehung zu Mickey Mouse. Und ihr seht die Plüschtiere auf meinem Bett. Das sind 99% Mickey Mäuse und 1% Winnie Boo, würde ich sagen. Und dann dieser riesen Teddy da noch. Ihr seht den Rest, der dahinter ist, gar nicht. Aber ich bin mir 100%ig sicher, dass ich sicherlich über 20 verschiedene Mickey Mouse Plüschtiere in diesen Jahren gesammelt habe. Von groß bis klein. Und ich trage das jetzt nicht so auf meinen Klamotten, wenn dann so auf Schlafklamottensocken. Also sowas. Decken habe ich auch total viele mit Mickey Mouse. Und eine Teetasse mit Mickey Mouse. Und halt diese Bilder. Aber bei Fashion bin ich da einfach anders gestrickt. Da muss es einfach matchen. Ich liebe Mode. Ich kann ja auch gleich mal dazu erwähnen, ich bin, by the way, 20 Jahre jung. Und ja, das ist ja auch ein Fact, der eventuell interessieren könnte. Ich kann mir vorstellen, dass das nämlich viele auch interessiert hat, wie alt ich eigentlich bin. Und da habt ihr es. Kommen wir zum dritten Fact. Ja, also da geht es jetzt um Essen. Und zwar liebe, 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 liebe ich scharfes Essen und Knoblauch. Ich esse zum Beispiel liebend gern von Burger King die Chili Cheese Fries. Ich liebe nämlich auch super, super gerne Käse. Allerdings nicht so ein Stinkekäse. Und da esse ich wirklich nur den, wie heißt der denn? Es gibt nur einen ganz bestimmten, so einen Stinkekäse, den ich auch esse. Ich habe den Namen aber vergessen. Den gibt es aber eigentlich auch immer in jedem Café als Frühstücksangebot. Also nur diesen und keinen anderen. Also kein Schimmelkäse, kein nix, sondern so Mozzarella, Emetala, Mastama, so Butterkäse, Gouda, sowas. Ofenkäse, Mozzarella-Sticks, Käse bebacken, Feta-Käse. Ich liebe Käse. Und ich liebe scharf. Ich mache mir so gut wie überall Chiliflocken oder scharfes Gewürz mit rein. Und auch Knoblauch, wenn es passt. Eigentlich so gut wie immer. Denn ich liebe Knoblauch. Es ist einfach lecker. Auch wenn man danach aus dem Mund stinkt, ist es lecker. Dann habe ich hier als nächstes so einen Untersetzer, den ich nicht verwenden werde. Er ist hübsch. Und ich habe mir schon was dabei gedacht mit dem Rot, weil es einfach toll aussieht. Aber hier in meinem Zimmer brauche ich den einfach nicht. Dann kommen wir schon zum nächsten Fact. Aber das wissen bestimmt einige von euch schon. Und zwar liebe ich Beauty und Fashion. Also da bin ich so richtig das Klischee. Ich liebe, 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 es mich zu schminken. Ich liebe es, neues Make-up auszuprobieren. Ich bin zum Beispiel total das Dior Make-up-Girly. Aber das müsstet ihr bereits durch mehrere Videos erfahren haben. Und ja, ich liebe Mode. Ich liebe Schmuck. Und ich liebe es einfach, Outfits zusammenzustellen, zu kreieren, Neues zu entdecken, neue Fashion-Trends. Und ja, ich würde gar nicht sagen, dass ich so eine richtig feste Stil-Richtung habe. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin eher so der Y2K-Style, eher so der Baggy-Style oder so der Old-Money-Feminine-Style. Sondern ich trage das, was mir gefällt, was ich schön finde. Also ich trage gerne mal diesen Feminin-Old-Money-Style. Aber ich trage auch super gerne einen sportlichen, eleganten Look. Von daher lege ich mich da nicht fest in einer Stil-Richtung, sondern trage das, was mir gefällt. Der nächste Fact ist simply und einfach. Man sieht es an mir. Ich trage Goldschmuck. Ich bin ein absoluter Goldschmuck-Träger. Also es kommt natürlich auch ein wenig auf das Outfit drauf an. Aber ich ziehe sehr, 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 sehr selten Outfits an, wo ich Silberschmuck so anziehen würde. Es ist einfach ein Fact, dass ich schon lieber ein Outfit anziehe, wozu ich Goldschmuck kombinieren kann, als wenn ich eins habe, wozu ich Silber kombiniere. Aber ich finde, Gold steht mir einfach wesentlich besser. Das ist, by the way, der nächste Epoxidatsuntersetzer. Und damit du auch ein bisschen darüber erfährst, dachte ich, ich erzähle ein wenig was zum Mischverhältnis. Nun, da klebt gerade, by the way, noch mein Zebra dran. Lustig, das muss ich noch abmachen. Aber, ja, das Mischverhältnis ist ja tatsächlich total einfach gewesen. Bei mir war es ein 1 zu 1 Verhältnis. Bedeutet, wenn ich 100ml Harz benötige, nehme ich 50 von dem Resin, also von dem Harz, und 50 von dem Hertha. Ganz easy, ganz einfach. Wenn du in Erwägung ziehst, auch mit Epoxidats zu arbeiten, möchte ich dich darüber aufgeklärt haben, dass dies eine Chemikalie ist. Epoxidats wird mit Handschuhen und Maske verarbeitet, in einem Raum mit offenem Fenster. Und wenn du es dann aushärten lässt, in einem Raum, in dem du dich nicht mehr befindest danach, es härtet irgendwo aus, wo du nicht bist. Es ist immerhin eine Chemikalie, die beim Vermischen gewisse Temperatur annimmt. Die wird quasi warm, da passiert eine Reaktion. Und im allerschlimmsten Fall, wenn man das Mischverhältnis nicht richtig drauf hat oder zu hoch gießt, man kann nämlich auch nicht unbedingt so eine dicke Schicht Epoxidats gießen in einer Form. Das kann entflammbar sein, also mach dich vorher bitte mit Risiken und Anleitung befasst, bevor du anfängst, auch solche Teile herzustellen. Das ist ein Untersetzer, den ich so auch hier in meinem Raum verwende, weil er einfach farblich ampelt. Am besten passt, es ist einfach so. Ich liebe aber auch die Kombination aus Schwarz und Gold und es sieht einfach edel aus in dieser Form hier auch. Da kommen wir zum nächsten Fact meiner Lieblingsfarbe, Farben, Farbkombinationen. Also an sich gesehen ist meine Lieblingsfarbe Gold oder Podorot. Ich liebe Podorot. Aber wenn es um Farbkombinationen geht, dann sind meine Lieblingsfarben oder Farbkombinationen Schwarzgold und Weißgold. Das macht einfach so viel her, diese Kombination. Ich liebe es. Es sieht so toll und so edel aus. Ich liebe es. So, ich zeige dir jetzt noch das letzte Stück, womit ich auch dem Videoende näherkomme. Und es ist tatsächlich auch mein allerliebstes Lieblingsstück von allen Epoxidatsachen. Quatsch, das ist noch nicht das letzte, vergiss es. Da kommen noch drei Stück, aber drei Stück als eines. Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer drei sind diese süßen Bärchen, die aus Restgüssen tatsächlich entstanden sind. Das waren einfach Restguss-Exemplare, was ich nicht verschwenden wollte und dann einfach in diese Teddy-Form gegossen habe. Ich fand das super cute und die kann man auch super toll zu dritt so aufstellen. Und ich liebe es, dass die alle drei eine andere Farbe haben. Und ich sagte ja bereits, dass ich Schwarz-Gold, Weiß-Gold liebe und dass es eben diese Schwarz-Weiß und Gold ist, macht das für mich so schön als Deko. Der nächste Fakt, by the way, ist, ich gehe super, super gerne ins Fitnessstudio. Ich bin ein totales Gym-Girly und ich liebe es. Das hätten viele vielleicht nicht erwartet, aber ich kann dieses super girly girl sein, was voll in Schmuckpuffer, Make-up und Kleidung versinkt und super girly sich anzieht mit Boots und Heels und Glitzer. Aber auf der anderen Seite kann ich auch ungeschminkt ein totaler Muffel sein, der einfach Techno-Musik im Fitnessstudio hört. Das ist einfach für mich Therapy und ich liebe das Fitnessstudio. Das kann vielleicht der ein oder andere sogar relaten. Und mein Meisterwerk, wo ich am meisten drauf stolz bin, ist diese Kuchen-Etagere in Schwarz-Weiß-Gold. Die ist wirklich so, so schön geworden und da packe ich unten meine Fernbedienung und Süßigkeiten drauf. Und oben bleibt meistens komplett frei, aber da könnte ich ja auch noch was drauflegen, wenn ich wollte. Ich finde sie auf jeden Fall super, super schön und auch Diese Stange mit diesem Blattmuster oder Ranken-Design ist super, super schön. Und für dieses Video unser letzter Fakt heute ist, ich bin ein kleiner Buffer-Body-Spray-Soutie. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das auch so, denn ich habe Unmengen an Body-Sprays, die wahrscheinlich kein Mensch in seinem gesamten Leben aufbrauchen könnte. Und auch super viel Parfum oder Haarparfum. Ich liebe Düfte einfach und ich bin auch dieser Mensch, der extremst übertreibt und einfach wie eine Douglas-Filiale riecht. Nur, dass ich nicht nach hundert verschiedenen rieche, sondern halt nach einem Duft so extrem. Ich finde einfach, ein Duft, den ein Mensch trägt, sagt sehr, sehr viel über einen Menschen aus. Mit Duft kann man sich ziemlich identifizieren. Und ja, ich liebe sehr starke, süße Düfte. Warm, komment, aber auch frisch und floral. Also das ist auch launenabhängig tatsächlich. Pudrig, cremig, alles, aber nicht streng. Ich hoffe, dieses Video konnte Dich inspirieren und ein wenig über mich und Epoxidat aufklären. Ich wünsche Dir jetzt noch eine wunder-, wundervolle gute Nacht. Sleep, 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 sleep well. Good night.